Was hat Ihr das Gefühl, was so ausgelöst war, dass es doch noch gescheitert ist? Eben, dass da vielleicht parteipolitische Spiele gemacht sind. Jetzt haben sie die Massentierhaltung abgelehnt. Haben sie gefunden, dass man das auch nicht ablehnen kann. Das gehört gerne zum Tierwohl. Oder dann kann man das auch nicht ablehnen. Ich bin immer traurig, dass man das politisch auf Kosten der Tiere macht. Drei Viertel haben wir ja erreicht. Und jetzt die letzte Viertel sind einfach dumm. Habt Ihr damit gerechnet, dass es jetzt noch abgelehnt wird? Haben alle gesagt, das wäre ja angenommen. Ich habe eigentlich noch ein bisschen da hergekommen, die Freude machen. Aber das ist jetzt vorbei.